so herzlich willkommen zu einem neuen orakel und heute das top spiel frankreich gegen deutschland jawohl also mpb kriegsmann und 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 gegen unsere deutschen mit berner mit kimmich wir holen jetzt mal die booster hier raus ich bin mal gespannt was die deutschen gegen frankreich reisen also ich habe kein gutes gefühl ich würde ja niederlage tippen für die deutschen aber weil ich ja deutscher bin tippe ich auf deutschland wir gucken welche liebe wir haben wir haben hier hakan chananulu oder wieder ausgesprochen wird hier hier wird natürlich kalhanu klub hier für die türkei also liebe türken ich kann natürlich nicht so gute türkischen namen aussprechen sehr klar so und wir starten in die erste halbzeit und los geht's so mal spannend ob in diesem orakel uns die franzosen fertig machen ich hoffe auf ein 1 zu 2 für die deutschen obwohl ich bezweifle dass die deutschen gewinnen aber ja mit schauen vielleicht haben wir die deutschen guten tag man weiß es nicht so wir haben hier für die schweden jansson wir für die türkei meras nordmazedonien ademi hier polen berecht schön ski und da haben wir schon das 1 zu 0 für die franzosen durch kylian m pappé ja war mir irgendwie so klar aber egal wir haben hierfür schott plant als fans favorite robertson dann haben wir für portugal power trio silva ronaldo und ciao felix dann haben wir hier für die schweizer harry harris selber selber rovic als gold machine wohl und dann kommen wir schon zum ende der ersten halbzeit bin mal gespannt hier so zack zack und zack weiter geht's hier mit russland fernandes haben wir england sterling polen jetzt kommen die polen alle ja lewandowski dann haben wir hier wales wilson nordmazedonien aloy ski haben wir tschechien vitra dann haben wir hier ungarn naki oder wieder ausgesprochen wird als fans favorite und die letzte karte ist hier kroatien gramaric als gold machine jawohl und somit war's dass wir die erste halbzeit ja wie gesagt hätte ich meine ich können denken hier dass frankreich das 1 zu 0 macht oder so ok wir haben ja noch ein bisschen was zum auspacken hier zwei booster noch vielleicht kommen ja noch ein paar deutsche oder vielleicht auch noch franzosen würde ich sagen machen wir weiter so bin ich jetzt mal echt spannend ob wir jetzt untergehen oder ob wir hier noch was reisen so wir haben hier vier wales roberts und dann haben wir hier den nächsten franzosen herrnandes und das ist das 2 zu 0 jawohl und dann haben wir hier belgien jeden haus hat russland oder wieder ausgesprochen wird türkei tricot name ups da haben wir noch maestro und brody g must dovoi und cherry chef für die russien jawohl coole karte aber brauchen wir alles nicht wir brauchen hier deutsche deutschland liegt hier schon 2 zu 0 zurück was denn da los eine güte so es geht weiter mit ungarn nikolic und dann haben wir nico elvedi für die schweizer finland timo poky für schweden und dann hier für wales hennessey als fans favorite und die letzte karte ist hier england jordan pickford als gold stopper und somit war es das für dieses orakel okay das orakel besagt hier 2 zu 0 für die franzosen ja was soll man da sagen aber irgendwie kann ich mir das denken also ich denke dass die franzosen gewinnen ich hoffe aber dass die deutschen gewinnen natürlich ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben für wen ihr seid seid ihr für die franzosen seid ihr für die deutschen ok dann würde ich sagen haut rein bis morgen und auf wiedersehen